was essen ich werde auf den städt verlauf nicht ganz schlau ich will wissen was diese typen sagen welche typen das ist gerade mal einer der sich angemeldet hat und registriert ist und kommentare schreiben kann und der andere bin ich ja bedauerlicherweise weil ich immer kontrollbildschirm haben will ja jetzt sag mal wer du bist wollen wir eigentlich mal naja ja schön oder taiwan ist doch nur nach mädchen verrückt oder ist doch nur nach mädchen verrückt nee um es jetzt mal in den worten einer ganz bekannten person auszudrücken ich will endlich die schöne brüste kneten jetzt weiß ich auch warum der kommentar gekommen ist gleich hier hobbylos du da wir haben uns bitte nicht so ernst wir machen das alles aus sarkasmus du musst verstehen wir sind bei 17 ich wüsste nicht nur noch 90 dass da kann ich mich und 17 nennen 16 noch noch wir sind ein 17 jähriger und 16 jähriger die die keine freundinnen haben kein leben beziehungsweise keine hobbys ja da passiert schon mal da passiert schon mal und nimmst das bitte nicht übel wir ja außerdem muss ich auch sagen es entsteht ein bisschen chronischer schlafentzug äh mit bei mir ja warum leck mich doch da frage ich mich auch habe ich mich damals auch immer gefragt warum immer in der dritten runde und schreibt er was außer a ok ja gut ich bin froh über jeden zuschauer über jeden einzelnen ja genau ich auch wirklich so wir können ja auch langsam mal anfangen mit uns wir sind so fabulous gell wir haben einen zuschauer ja äh skype guck mal her du äh ja 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 trampelt hier es ist nervig und blöd und dunkel laufen äh jetzt habe ich jetzt ging es nicht mehr tschip tschip strand tschip tschip strand tschip tschip strand danke ich wollte den tschettverlauf senden nur darauf habe ich jetzt nicht die möglichkeit naja vielleicht anschließend schnell bleibt ja gespeichert jetzt kriegst du auch noch deine lieblingsstrecke welche wurden gewählt ich weiß nicht ich habe nicht darauf geachtet ich weiß nicht ich habe nicht darauf geachtet wie macht man das eigentlich was du eben gemacht hast was denn ah ich habe vergessen losgekommen seien es ist zählen v es kann ich viva voll vergessen 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 ja das war ja mal Ich glaube, ich brauche einen riesen XXL-Becher Kaffee oder einen riesen XXL-Becher Coca-Cola. Du fährst sowas von ab. Ne, ich lasse bald ein. Mann, ich dachte weniger, das ist so cool. Ich kann doch niemals mehr lesen. Jetzt halte ich schon einen T, wie es in meinem Namen steckt. Da steckt auch ein T in meinem Namen, oder? Ja, ich glaube schon. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße mit meinem Namen. Jetzt halte ich schon einen T für einen K. Ja. Genau. Ja, klar. Ihr seid nicht cool, ihr seid Cole. Cole. Nicole, genau. Und jetzt nochmal zu meiner Scheißstimme. Die klingt echt... Ja. Die klingt nach Nicole. Da fällt mir nicht keiner in Nicole. Ja. Jetzt gehst du doch als Zwölfter durchs Ziel, oder? Ach, Mann. Es wird ne lustige Nacht werden. Es wird ne lustige Nacht werden. Aber dabei fällt mir an, wir haben es schon neun. Das ist mir egal. Haben wir nur drei Stunden, die ich mich quälen darf. Wollen wir jetzt Lego City Undercover machen? Hör auf zu spoilern, du Idiot. Ja, aber gut. Das hast du am Anfang gesagt. Ja, das war aber nicht nur Aufnahme. Das war ja nur im Stream. Ich bin 15. Ich bin 17. Und der Vollhonk, der Spoilern tut, der ist 16. Juhu, wir haben alles komplett. Der Zuschauer ist 15. Ich bin 17. Und du bist die goldene Mitte davon. Ja. Äh, was haben wir denn? Das Scheiße ist... Eine Frage, was machst du denn eigentlich so in deiner Freizeit? Wer? Wen denn wohl? Meist du mich oder Zuschauer? Ach komm, das hat natürlich auch sehr viel Sinn, mir zu fragen. Erstens, Antwort kannst du in 5 Minuten erwarten. Zweitens, mach dir die Hitbox-App drauf. Bei mir läuft's. Bei mir läuft's. Es ist wirklich super. Na gut, ich probier's noch mal. Wenn Skype krepiert, ich bring... Ist doch auf die Skype-Stücken. Machen wir's klappen. Wie heißt bei Hitbox? Das ist nicht dein Ernst, dass du fragst, wie ich heiße. Das ist nicht dein fucking Ernst. Geht dich eigentlich auch als unangemeldeter als Zuschauer? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaub schon. Oh, ich bin so ein Idiot. Mann, ich muss... Ich sollte mich umbringen. Verlautere Dummheit, die ich hier mache. Oh, ein Yoshi-Kopf da. Und stürme jetzt nicht zu, Zuschauer. Verlautere immer... Umhalt. Jetzt red doch mal mit deinen Zuschauern. Das reicht doch. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Das reicht doch. Kann ich eigentlich auch schreiben? Nein. Muss ich registrieren. Äh... Angeblich habe ich zwei Viewer. Laut Dashboard. Laut Dashboard habe ich zwei Zuschauer. und ich bin 8er und das ist scheiße 9er 7er wie läuft denn eigentlich mit dir und Melinda 6er was 5er 4er aber ich wollte wissen wie es mit dir und Melinda läuft ja doch sie heißt Belissa ernsthaft ernsthaft den Namen immer noch ey ich hab dem das wirklich tausendmal erklärt ja aber wie sagt man sie läuft mit dir und Melinda ja ja los scheiße so jetzt hitboxen öffnen meine Güte ich glaub ich meld mich an chatverlauf test post a message hi an meine Zuschauer dann andere Personen hallo wie geht es dir ich bin ein Mädchen ich bin äh ich split es im weg ich bin kein Mädchen ich hab mich vertippt ich bin der Meinung vertippt schreibt man mit Doppel P aber gut meinst du Milchrumpel Fragezeichen Fragezeichen seid ihr hobbylos ich glaube hobbylos schreibt man mit Y und zusammen ne aber mit Y auf jeden Fall äh eine Frage wie viel Kubikzentimeter ist das ich glaub das würde korrekt heißen wie viel Kubikzentimeter sind das äh aber gut ich so dann 150 Kubikzentimeter andere ah ok ihr seid ich weiß meinen Account nicht toll ich bin 15 ich bin 17 kann ich jetzt sagen und der andere ist irgendwas zwischen uns beiden die Zuschauerquote auf YouTube ist auch so dermaßen gesunken von 30 auf 14 Prozent frag dich mal warum so ich nehm jetzt alle Nachrichten mit Hitbox ich will jetzt wissen das war das Böseste was du endlich getan hast was was war das Böseste was du gemacht hast keine Ahnung ich kann schon sagen das sollte ich das nie hier sagen ich sag's doch auch passt auf passt auf ich sag euch jetzt was das Böseste war was ich getan habe und zwar ich hatte einen Karton dort stand drauf nicht mit Cuttermesser öffnen was hab ich gemacht ich hab ein Cuttermesser gezippt und hab's aufgemacht das war das Böseste was ich getan habe er verfolgt mich heute noch in meinen schlimmsten Albträumen Scheiße ich weiß meinen User name nicht mehr das ist viel schlimmer was ich gemacht habe dann will ich einfach mal ein Paket mit dem Cuttermesser zu öffnen wenn's drauf steht nicht mit dem Cuttermesser öffnen das ist so böse ich mache mir jetzt eine neue E-Mail also eine zweite E-Mail um das zu machen Mann 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 Weißt du was, ich hab jetzt einfach mal Bock, denjenigen hier zum Moderator zu machen. Ich nenn mich jetzt mal Dummy1998. You have added Dingsbums as a moderator. Das ist schön. Aber ich glaube, Hobby schreibt man immer noch mit Y am Ende. So, ich hab glaube genug Punkte versaut heute. Für Mario Kart Activity Clock, was sagt er? Set Sticky Message, bla 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 bla. Ich hab einfach mal Bock, jeden beliebigen zum Moderator zu machen. Jo, auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mach jetzt erstmal kurz Pause. Und ich lasse euch jetzt in der Zeit mal ein bisschen... Ähm, 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 in die Warte Pause. Und ich, es geht in ungefähr 10 Minuten weiter. Wenn wir dann vielleicht nochmal nachher Dingsbums spielen. Mario Kart, wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall Pause. Und ich mache nach deinen Warte. Vielen Dank.